Bro-Grüße. Was war eine schlechte? Wir müssen eigentlich die ganze Zeit Bro-Witze machen. Genau. Ja, dann machen wir mal und fangen wir jetzt auch jetzt damit an. Dritte Folge. Bro. Der Einfalz reichte mal wieder keine Grenzen. Das ist jetzt die richtige Bro-Setzung. Wieso bin ich hier der Fettsack? Oh, ich bin die Thuse. Nein. Ach, komm. Hallo. Was machst du denn da? Ich wollte da auf den Aufzug, aber irgendwie... Boah, das war mal ein Glück. Bum, bum. Ey, ich kann auch hochlettern. Oh ja. Wuuu. 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 Alter. Wuuu. Bum, bum. Wuuu. Ich trau mich nicht mehr aufzuhören zu schießen. Ich bin tot. Der Special von der ist voll cool. Oh. Hier war auch eine Ammution. Ammution. Aua. Bin tot. Aha. Area liberated. Bro-lated. Bro-lated. Bro-Area. 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 Ja. Ja, ich hatte Special. Was für ein cooles Post da der Wintergut. Wow. Ja. Mein Special. Echt? Alter. Geht so tief. Wo, 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 wo. Was ist das denn? So, hier ist geil. Ah, da ist die von. Ah. Nya. Der ohne Stachel. Wo, 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 wo. Brotality. Nein! Scheiße. Und, und, oh, die zwei. Mech tot? Nein. Nein. Denkt man aber irgendwie auch, ne? So. Ah, man kann die umwerfen. Ach so. Scheiße. Oh mein Gott. Wie viele. Bist du tot? Nein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Jetzt bin ich tot. Hä? Du auch. Wie? Keine Ahnung. Ich spreng voll in die Granate rein, ey. So, ist traurig. Was hat das denn? Save me. Einmal falsch, Knopf gedrückt. Woohoo. Checkpoint. Oh. War jetzt so nicht hoch. Jetzt bin ich glaube ich Matsche. Ah, warte, ich hab ne Idee. Nein! Ja, jetzt. Geht doch. Alter, weiter. Yay! Bist du noch? Ja, ich lebe noch. Nein! Du kannst den Chris Smith zurücklassen, Mann. Ach. Auf jeden Fall. Nach dem letzten Film. Tschüss. Oh, oh. Der sieht nicht so, als wolle er Hallo sagen. Was zum... Was war das denn? Ich wollte die Special probieren. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich hab dir in die Gatling gar nicht geglaubt. Woohoo, ich bin Mr. Tee! Es ist voll gefährlich, mit dem über eine Brücke zu laufen. Alter. Was hat er denn noch? Ja, irgendwie fehlen die Bildschirche und ich komm ganz dran. Kann ich drauf springen? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Oh, gehöre. Toll, super. Oh Gott, ja. Oh, knapp. War ich das? Ah, ich war das. Ach, Zeitlupe. Schön, haben wir ganz oben. Oh, hier ist ein Gegner. Haben wir ganz oben irgendwas. Ich weiß nicht. Fuck. Oh! Bin tot. Du bist alleine. Da ist einer. Nein! Da war keiner drin. Ja, da war einer drüber war einer. Da haben wir noch gar keine Energie abgezogen. Oh nein, ich bin Conan und ich will nicht Conan sein. Was sind immer die Nahkämpfer hier? Meistens Nahkämpfer sind scheiße. So Conan, falls ist das kacke. Oh, das ist aber nicht klug. Ich bin tot. Nein, scheiße. Nein, 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 nein. Nein! Wieso hüpft ihr denn so von der Kante? Was gibt's da nicht? Ich will kein Fernkämpfer sein. Äh, Nahkämpfer sein. Was sind wir jetzt? Aha, ein Neo. Oh, das war meine letzte Eisenbahn. Oh, der Aufzug ist runtergefallen. Hast du gesehen? Nee. Achso, ich bin wieder da. Nein! Warum war ich denn wieder da? Ich weiß es nicht. Okay. Nein! Nein! Das ist doch kacke. Ich weiß es nicht. Du musst warten, bis er. Ich wusste es! Oh, scheiße! Oh ja, die tue es gut! Oh, ich bin. Oh. Wir weg, wenn er Sprengfresser sind. Ich weiß, ich kann nicht ihn schießen. Ich kann es nicht. Oder das ist einer. Nein! Nein! Ich hätte überhaupt keine Scheiße. Nein! Scheiße! Kann ich jetzt mal einen kriegen, der gut ist? Ja, damit kann ich leben. Mein Gott, ey! Was ist denn los? Ich kann auch hier einfach die Treppe hochgehen. Kannst du ihn jetzt auf ihn schießen? Das bringt aber nichts. Die Treppe ist echt ganz hoch. Und dann ist da irgendwas. Äh, was zum Geil? Ich bin tot! Das ist der Einer erschossen. Ich will die Terminator haben. Oh, nicht die zwei. Gut, was eh noch MacGyver. Der Seekacke. Ja, das gibt's doch nicht, ey. Ich habe gar keine Chance gehabt. Ey, da ist noch einer. So. Oh, oh, oh. Oh Mann, das wird nichts. Nein! Oh, da oben kommt noch einer. Einen hast du noch. Nein! 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 Oh mein Gott, ich muss da auch. Nein! 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 Komm schon! Ohohoho! Wuhuu! Nein! Oh mein Gott, der folgt dir! Ach, dann musst du das machen. Ich weiß, jetzt erinnere ich mich. Cool! Da, 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 da! Ah nein, nein! Boah, fuck, ich habe den Überblick verloren. Oh, Vorsicht! Oh mein Gott! Nein, ich bin tot! Nein, du kommst doch nicht durch! Scheiße! Da, 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 da! Nein, ich habe keinen! Scheiße! Nein! Ey, der ist kaputt! Oh, du hast recht! Sieg! Krass! Wie haben wir das denn gemacht? Keine Ahnung. Ok, das L war krass. Das war hart. Das war echt hart. Jetzt haben wir noch das hier. Vier! Das muss ja richtig krank sein. Steht gar nicht mehr die Levelanzahl. Ey, was ist das? Uff! Nicht schlecht! Big final! Wer bin ich? Woah! Geil! Wie komme ich jetzt da rüber? Das ist gerade die Frage. Wer hätte vielleicht nicht die Brücke kaputt machen sollen. Woah! 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 Ich hätte nicht wechseln sollen. Woah! Noch besser! Oh oh! Nein! Über Raketen! Über Raketen! Noch mal rein! Konan! Konan! Scheiße! Nein! Ich hatte Mr. T! Geh unten lang! Hatt' ich hab ne Idee! Ich bin da hoch! Ich bin da hoch! Ich bin da hoch! Ich bin da hoch! Es ist kalt. Hey, nehmen wir einfach den. Nein, nein, nein! Du holgst mir den Tod. Ah, scheiße. So war das nicht geplant. Mission failed. Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Doppelbro7. Doppelbro7. Ach, das bin ich? Ach. 007. Oder? Doppelbro7. Jo. Was habe ich denn da unten für alles für Sachen? Weinen? Weinen. Bumm, bumm, bumm. Oh. Wir sind beide nicht. Ich habe aber keine Ahnung wie. Ich auch nicht. Boah. Alter, das war alles geplant. Auf dem letzten Meter. Ja. Bitte lande nicht auf meinem Kopf. Warte. Ich glaube, ich habe mich gerade... Nein, du hast mich gedürtet. Echt? Ich habe auf meinem Kopf gelandet. Nein, du bist auf den Explosionsfässern gelandet. Neben mir. Ja, bitte lande nicht auf meinem Kopf. Klatsch. Du hast ja nicht gemacht, ne? Ja, genau. Du hast ja nicht gemacht, ne? Du hast ja gesagt, lande nicht auf meinem Kopf. Nicht töte mich nicht. Oh. Oh, Alter. Ja, toll. Tja, ich war jetzt auf dem Kopf. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Maktwerfer. Da hab ich immer Angst vor. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Oh. Ich bin gegen den Block gesprungen und dann ist der runtergefallen. Das ist beide zerquetscht, ey. Scheiße. Aua. Oh oh. Oh! Nein! Oh ja, schieß ihn aus. Der könnte? Aua. Aua! Ernsthaft? Aua! Ist das nicht? Okay. Den kann man noch umwerfen. Aua! Aha! Ich weiß, wie ich den erledige. Pfff! Da ist noch einer! Oh mein Gott! Scheiße. Nein! Nein! Fuck youuuu! Na weg! Wo bin ich denn? Ja. Vorsicht. Huh. Meine Fresse. Aua! Schade. Ich hab gedacht, er fährt weiter. Wie... Nein! Boah! Alter! Flesch! Ja! Es wird knackig. Knackiger. Scheiße! Nein! Ich bin schon tot! Hahaha! Oh! Uah! Pfff! Ich fahre wieder los! Wuuu! Wir gehen einfach... Oh oh! Hahaha! Oh man! Diese Brücken packen mich aber auch immer ab! Na! Das ist besser! Versuchen die Brücke kaputt zu machen! Versuchen die Brücke kaputt zu machen! Aha! Wow! Das ist besser! Oh! Oh! Das Ding ist aber kacke! Geil! Scheiße! Nein! 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 Ich war Arnie! Und... Ich bin Tony! Nein! Was macht der denn? Oh mein Gott! Haha! Toil, komm! Seid ihr weg, ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh! Der so runtergefallen! Ein... Roboter der in Blut! Also so ein... Meck der... Blut! Haha! Oh! 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 Es ist die Treppe über die Leiter hoch! Den Spruch schon hast du dich! Judge Red! Brodred! Brodred! Achso? Heh! Achso... Achso die kann man steuern! Ach wie cool! oder auch mit der Bode Brutalty und somit kann man sich betätigt ist der Ziel ist immer und was ist das Ziel die Ziele und das ist beschäftigt die Jugendlichen Pro um vor wir beide einige Leben und wenn ich weg warte ach shit er ist tot oh da kommt noch einer oh nein nein die fliegt sich aber auch komisch ach der ist noch gar nicht tot scheiße ach da kommt die ganz ok ach boing boing h warum hat eine da so eine amerikanische ich hab keine Ahnung wie ich jetzt gestorben bin ach so das hatte ich vorhin auch gesehen ich weiß ach ich bin das toll du bist Cone ich hasse Cone also in echt nicht aber halt hier im Spiel oh jetzt sind wir hinten gesandet vorsicht nein hier links oh nein 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 ja sauber oh scheiße ok thanks for preordering you aber alle gehen alle sind jetzt freigeschaltet toll haben wir gerade freigeschaltet als letztes den 007 double bros ich hab du auf kommende mehr ja jetzt bin ich fertig ein paar jahre weiter in 10 Jahren kommt das Spiel dann raus ja das war gut was warum lebst du denn noch boing aber eigentlich ist ja sehr schön schon wieder so ein Ding? oh fuck aber da ist auch ein Checkpoint naah ach Mist ähm pure Panik oh Gott das war nix erstmal bring it essen oh mein Anstieg Quiz äh äh was los? wieso? gewonnen toll jetzt hab ich hier so ein Schnippel raus oh 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 nein bist du tot? du bist den Besten der ist schon ziemlich cool ok aber da ist ja noch einer töte ihn und ich wieder wenn ich versuch's ah Doppelbro alter nein ich bin in die Rakete gesprungen ich lebe noch? ja oh mein Gott hast du den Special gesehen? der hat vier verschiedene den kannte ich auch noch gar nicht oh oh das war noch mal seins ach so der Boomerang ich hab ne Maske vielleicht bist du dann versteckt und die greifen mich an dann sehe ich aus wie die wahrscheinlich ah das hört gar nicht mehr auf Amo die unten denken sich auch hä was ist denn jetzt hier los? Tür kaputt okay nein oh kurz davor wir sind so schlecht und ich schmeiße ihn wieder mit Pringles rum ah mh 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 manchmal Checkpoint. Nein! Nein! Vorher gejumpt. Ich auch. Schießt man nicht mehr. Oh, besser ich gesehen. Okay, tot. Hol die Plus 1. Da hin! Alles voller Feuer. Oh, und wieder einer. Nein, nein, doch. Ich meine, ja. Einfach die Feigling-Methode. Ich komme gar nicht so weit. Oh Mann, nein. Ah, ich habe so einen Thriller. Guck mal. Thriller. Nein! Höh? Oh, oh. Okay. Scheiße. Falls sich der schießt. Yeah! Oh, oh. Pew, 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 pew. Oh Mann, ey. Checkpoint. Ich bin nicht tot. Äh, oh, oh, oh. Okay. Oh, 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 scheiße. Okay. Super. Okay, tot. Der Special ist gar nicht. Wird ich um mir eh Amor rüber? Wow! Bin ich tot? Äh, bin ich tot? Ich bin tot. Du lebst noch. Drück B. Ich will. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Oh Gott, ist das krank. Schnell hoch. Scheiß auf die. Da oben sind bloß eins. Oh Gott. Nein! Und das war's. Ah, kurz vorm Ende. Ah, shit. Wird echt knackt. Ah, okay. Ah, weiter. Das sind die großen Checkpoints. Ach, Mann. Ich hab nur... Ich nehm nur den hier. Dynamit! Ich geh so da hoch. Komm ich da aus. Wosen, oh, zwei. Noch lebig. Nein, ich falle mal unter. Wo bin ich da? Ammo. Tüchen! Oh, fuck, oh, fuck, oh. Nein, du. Ach, das ist mehr Singer auf dem Kopffeld. Ich glaub, der ist tot. Ja. Ich lebe, glaub ich, noch. Ja, ich lebe noch. So. Ich hab's geschafft. Ich bin nur hier hoch. Nur hier hoch. Da hoch. Achtung. Den ins Gesicht schießen. Nein! Womit hängt der McGalber eigentlich an der Wand? Stimmt. Mit Kaugummi. Ach, guck mal, ich kann die ganze Zeit an der Wand hängen. Ja. Da auch die runterrutschen. Da ist noch einer oben. Vorsichtig, die schießen. Oh, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Huiiii. Da bin ich. Ich bin Blake. Der Scheiße. Naja, aber ich hab gegen... Nein. Das Ding ist auf mich gelandet. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Den einen getötet. Toll. Irgendwann schaffen wir's noch. Ja. Vielleicht. Ja, mit dem ist besser. Nein. Nein. Boah. Die Bahn war voll nicht hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Jedes Mal. Ähm. Oh, 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 oh. Hallo, reicht. Hahaha. Oh mein Gott, nein. Ey, da unten ist einer. Ah, okay. Aber gut zu wissen. Yeah. Brofoss. Bin ich das? Wer bist du? Nein, bist du die. Okay. Warte, lass das runtergehen, ne? Achso, stimmt. Um einen zu holen. Oha. Ja. Plus, wieder's null. Scheiße. Docklaufen. Oh, die Huse. Was kann er denn nochmal? Wenn wir jetzt eher wie ich, oder? Sieht fast gleich aus. Ach, du hast ein Luftschlag. Ach, stimmt. An vorne. Der ist aber gut. Ich bin tot, ne? Ich bin tot. Vorsicht. Jetzt lebe ich wieder. Jetzt bin ich wieder. Ne. Ich bin da. Du bist auch tot. Okay. So gute Statistik. So. Ich bin tot. Ich bin tot. Aber mit dem kann ich besser. Beide raus. Endlich, endlich. Endlich. Noch in 50 Sekunden. So. Endboss. Ach, genau. Guck mal, mal neun. Aha. Dann warte, Bruder dich da durch. Ja. Wir sind... Oh mein Gott. Oh, ja. Ich bin tot. Eher auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den Schaden abzieht. Das sah so aus. Dann müssten wir wieder so ein bisschen durchs Level laufen, bevor wir gehen. Der hatte Energie verloren. Oh, ja. Ah, ne, man kann auch einfach auf den Schießen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, der hat aber jetzt schon gut verloren. Ach, jetzt ist er weg. O Gott, der hat es auch noch lange. Oh, 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 oh. Oh,fer moped rein. Wiehst du? Oh, der ist blöd hier. Nein! Nein! Hast du ihn? Oh nein! Ja, aber ist vielleicht gegen den Boss gar nicht mehr so schlecht. Tami-Karte! Ach, ist das kein Ding, der was? Man ist schon klein geworden, ne? Nein! Oh nein! Oh ja! Du kriegst keine Kontrolle mehr. Da ist noch einer. Ah, schon besser. Fuck ey! Nein! Ach doch! Da ist noch ein Käfig. Ja, den saß ich hier aber. So, jetzt verkomme ich das hier durch, bitte. Nein! Unten ist noch einer. Oh, ist hier da. Ah, der ist auf mich! Oh, hab ich ein Glück! Okay. Bin tot. Machst du noch ein bisschen wieder? Na. Bitte jemand vernünftiges. Der kann wenigstens einen Schlupfschlag. Und jetzt geh ich runter. Ja, wer trifft den? Nein! Okay. Das hat mich vollerlegt. Scheiße. Oh, ich lebe wieder. Bam! Jetzt aber! Wuhu! Als Conan erwischt. Oh, guck, wie viele Leute rausfliegen. Chub, 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 chub. Krass! Sieg! World Liberated. Oh! Oh, das ist ganz neu. Oh! Okay, das können wir in der nächsten Folge machen. Ja. Die ist, glaube ich, recht lang geworden. Ja, dann, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.